Leute, ich musste das in zwei Parts aufteilen, weil, ich will, keine Ahnung, ich musste, oh mein Gott, ist da so Big Mama, Big Mama, komm her, oh mein Gott, hat der, hat der Kipp drauf, ich will ihn töten, kannst du ihn mal töten, einmal, was willst du haben mit deinem Arzt? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, bitte fall einfach auf, zweimal sterben, meine Güte, stehe und warte auf dir. So, geht, komm, geht, 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 geht. Was willst du? Nur wenn du denkst? Ich komme auf dieses Ding drauf. Oh mein Gott, ich bin auf dieses Ding. Digga, komm her, komm her. Wo bist du? Scheiße. Kleiner Sterben, wie peinlich. Noch live vor YouTube. Kommt jetzt, kommt, kommt, kommt. Alle guckt alle. Oh mein Gott, ich muss hier alle abballern von hinten. Was ist das? Ich muss hier alle abballern. Okay, okay. Ah, kommt ja. Wen wollt ihr hier abballern? Mich nicht. Nein, bitte Schalldämpfer. Wir haben Schalldämpfer. Ja, umso leiser, umso besser. Aber umso schlechter ist es ja. Umso leiser, umso besser, aber umso schlechter ist es ja. Umso leiser, umso besser, aber umso schlechter ist es ja. Ich bin noch unaufgewärmt. Sonst bin ich immer, immer eine Runde Black Ops davor. PC Auch im gar увидеть mit einer hinsch commend ich mich gegenCrнуть� Oh mein Gott, du sagst umso besser, umso besser, umso besser und gereév남. Oh mein Gott, du sagst mal die risky 00890, Leute, Mann! Jawoll! Hab ich ihn... Guck mal, den ganzen Aufhab' ich gekillt. Komm, ja. Willst du noch dazu? Willst du noch dazu? Willst du noch dazu? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, du auch. Ich würde sagen, du auch. Komm her! Jawoll! Hab ich ihn gekillt. Hab ich ihn gekillt? Alter! Meine Güte, ich hol mir jetzt noch eine Waffe. Ich hol mir jetzt noch eine Waffe. Die nehm ich, die Colorverse. Ich nehm die! Ich nehm die! Ich muss schnell! Ich muss schnell! Ich muss schnell! Ich muss schnell! Oh mein Gott! Ich hab ne Styper! Ich hab ne Styper! Boah! Oh yeah! Ich liebe diese Waffe! Ich liebe diese Waffe! Ich liebe diese Waffe! Ich liebe diese Waffe! Oh ja! So läuft das! Willst du noch? Willst du noch? Willst du noch? Willst du noch? Wer will noch? Wer will noch kassieren? Ja! Der will noch kassieren! Okay! Die wollen noch kassieren! Die wollen noch! Okay! Die wollen noch kassieren! Ja! Okay! Die wollen noch kassieren! Dann kriegen sie! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Die Gegner wollen kassieren! Okay! Okay! Ich höre schon kurz jetzt mal meine Mini-Bahn! Ich brauche meine Mini-Gard! Bei der Mini-Gard! Bei der Mini-Gard! Bei der Mini-Gard! Bei der Mini-Gard! Tolle! 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 Nein! Leute! Wie komme ich jetzt da hin? Guck mal! Ein Arme habe ich auch zu verarbeiten! Oh mein Gott! Nein! Ich bin tot! 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 Ich dachte, ich bin tot! Hast du keine andere Hobbys? Hast du keine andere Hobbys, mal wegzugehen? Hast du keine andere Hobbys? Ich schwöre ja... Oh mein Gott! 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 Ich muss schnell! Tschüss! Oh mein Gott! Oh ich hab ihn ausgetrickst! Leute! Ich hab ihn ausgetrickst! Ich hab diesen Blödmann ausgetrickst! Alter! Hier da sitzt! Hier da sitzt! Oh mein Gott! Ich bin tot! Ich bin tot! Ja komm her! Oh mein Gott! Hat der einen dicken Maum dabei! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Komm! Jawoll! Ich hab einen Arm abgebildet! Jawoll! Komm! 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 Leute! Komm! Scheiß drauf auf den Roboter! Scheiß auf den Roboter! Komm! 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 Ich kann das nicht schaffen! Ja, meine ich kann das nicht schaffen! Lass! Wir Ante! Wir ich da hier derzeniu!? Oh mein Gott! Leute! Was ist das? Wie lange geht es in der Aufnahme? Okay, ich kann mal ein bisschen spielen. Ach, du nehmt nicht. Also, bitte. Also, mach die komische Begründung. Oha! Oh mein Gott, Leute. Die verprügelt den. Okay. Ich boxe nicht. Ich boxe gleich. Komm her. Komm her. Ich boxe links, rechts. Ich gucke nicht mal an. Nein, ich gucke nicht mal an. Ich gucke meine Freunde an. Die sind schöner. Ich kann nicht boxen. Oh mein Gott. Nein. Ja, gut gemacht. Gut gemacht. Bitte aber nicht uns. Ich gucke nicht. Ich gucke nicht. Ja, gut gemacht. Ich gucke ich nicht mehr. Leute ich würde sagen hier beenden wir das ganze hier ist es am schönsten und Leute wenn euch das gefallen hat und ihr mehr wollt dann schreibt es in die Kommentare haut rein und ciao